ein herz herz frisch das guck mir meine zuschauer und zuschauerinnen ich bin wir machen mal wieder eine roman mission und besuchen unseren kassen und schauen wir mal wie es ihnen geht ich muss sogar aus haben es zwei sind mal ein gutes ausdruck oder kassel ich weiß wie überhaupt was sie gehen müssen ich glaube hier blöken blöken holen wir gehen da dann die hey roman wer ist der heute brusy blöken das blöken 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 Spieler, VIP, für real, classy, but also sexy. Hmm, that's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Ha, yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Ha, 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 screw you. Listen, man, you should try going online. Ugh, I know how to go online. I just haven't done it here. Of course, technophobe, ludite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Uh, okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin. And the family keeps sending me news for you. Brucey! Yeah! Stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP-style, come on! He's a cool guy. I guess he's pretty good in the internet. I guess he's a little weird. Go to the internet cafe. Yeah, such a thing is in GTA 4, of course, internet cafes, of course, internet cafes. Nein, man kann sich da keine Pornos anschauen, falls die Frage jemals in den Kommentaren gestellt werden sollte. Mein Freund, sie sagten mir, hier zu kommen. Romain? Er hat mich über dich gesprochen. Er ist so lustig. Ich habe dich auf dem Computer gelegt. Es ist einfach. Nur folgst die Instruktionen da, okay? Jim will uns hier einfach in irgendeine Ecke, die nur frei ist. Dann gehen wir da hin. So. Web. Du wirst jetzt online. Dies ist die Startseite. Mail checken. Bewege den Cursor über den Namen des Upsellers und klicke darauf, indem du linke Maustaste drückst. Dies ist dein Posteingang, indem du alle E-Mails siehst, die du erhalten hast. Ja, ja. Einige E-Mails kannst du mit Hilfe auf Icons auf der rechten Seite beantworten. Wenn du hier drauf klickst, schickst du eine zustimmende Antwort. Wenn du hier drauf klickst, schickst du eine ablehnende Antwort. Bitte aktivieren Sie mein E-Mail-Konto und Nachrichten senden Sie. Gut, jetzt sind wir auch online. Und das war's auch schon mit der Mission. Ich sehe dich wieder, Roman. Schnauze. Ich habe den E-Mail-Akonten. Ich bin jetzt in Liberty City, Roberts. Das ist eine Invasion. Das ist eine Invasion. Das ist eine D.J. Greenland. 102.7, The Beat. Du schon wissen, Dukes, Broker. Ich habe den E-Mail-Akonten. Ich bin jetzt online in Liberty City, Robertson. Du kennst eine Frau, die dort arbeitet? Die Frau, die dort arbeitet. Later. Gut. So, jetzt haben wir wieder einen Auftrag für Faust, den wir erledigen müssen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.